Was ist los? Dieser Gestank, den kenne ich irgendwie. Dieser Gestank, dieser stinkende Gestank. Mächtiger, jetzt wir sicher. Was ist hier passiert? Nicht, nicht gutes Gefühl. Du, nie gutes Gefühl. Du, schon nicht gutes Gefühl an Frühsitzel. Schnapp, das gibt's einmal, Kommen. Nicht schießen, nicht schießen. Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrone. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer. Bleibt. Die Flut greift uns an. Kommen zu der Hohle. Du, das nicht? Okay, die kleinen Dinger, das kriegen die schon hin. Kleine Munizwinschwemme. Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Hm, Pala, alles klar. Oh, Pala, alles klar. Das war's für heute. Na, heranzukommen. Warte auf mich! Wie lange willst du dich noch verstecken, Falki? Niemand sollte mal zählen. Du konntest die Haare nicht besiegen und Mondschaftsbau aufwischen. Reicht unser Herr! Voll, Monster! Voll! Geil dich her! Überall! Feuer, Monster! Mit den Rieten kannst du dich nicht beschenken, Polizierfrau! Verrecke! Geil dich! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nee? Toh? Hm, hängt ein bisschen schief die Station. Das ist einer! Meine Profi! Die Station gehört ja vielleicht! Ein letztes Kabelgebieter! Fie! Ja! Das hat gereicht. Die Safon ist im freien Fall! Der Anführer der Ketze ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Unser Leben ist für die Wahrheit. Für die Wahrheit, Botenians! Leben Sie noch Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Wir müssen das Orakel retten! Geh! Geht's! Geht's! Inhalte, jetzt kommt ihr hier zu Trudeln hin. Moment, der Anker! Doch, bei der Ankerkampfjäger, ist die Stimme zu ihr. Wie lange fällt denn so ein Ding noch unten? Wie lange fällt denn so ein Ding noch unten? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Großartig. Ich würde mich freuen, zu helfen. Die Eliten sind blind, Gebieter. Aber ich öffne ihnen die Augen. Okay. Shit. Jetzt ist nur die Frage, wer da echte von denen ist, ne? Ich gebe ihnen eine Verschnauptaufe. Aber dann habt ihr meinen Weg. Hört zu und vergiss es. Ich finde, wir können die Erwärmung der Verkäuptung unterstützen. Sie sind die Schmerz der Erwärmung der Verschnauptung. Sie sind die stärkste Ertausung von Angriff und Verteidigungsmaßnahmen gegen die Kraft. In der Tat habe ich den Bau der verschiedenen Ausbruchschutzsysteme geplant und zu überwachten. Was ist das? Ich hatte kein allheiliges Orakel. Dieser Ketzer gefährdete die große Reise. Orakel? Große Reise? Warum bedient ihr Stück bei euch keine akkurateren Ausdrucksweise? Das, das ist das Orakel. So ist es. Los, wir verlassen dieses System. So ist es. Los, wir verlassen dieses System.